Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, mein Name ist Ugo Rutz und das hier ist XCOM 2. Wir haben uns bei der letzten Mission so ein bisschen über die Runden gerettet und hatten so ein bisschen beschlossen, dass wir hier was abreißen. Das habe ich jetzt mittlerweile gemacht, denn in der Technikabteilung kann man bei Einrichtung bauen, vorhandene Gebäude abreißen oder aufwerten. In dem Fall jetzt könnten wir hier eine Werkstatt bauen oder den Widerstandsring. 24 Tage, das heißt zwölf Tage mit Push. Die Sache ist halt, dass hier genau all die Sachen sind, wo wir Ingenieure reinstecken können, also sowohl das Energierelais als auch die Krankenstation, als auch die Kommunikationszentrale. Deswegen wäre das hier der optimale Platz für eine Werkstatt. Deswegen bauen wir die auch da. Den überflüssigen Ingenieur setzen wir da rein und hoffen dann auf... Auf was hoffen wir denn? Auf gutes Wetter. So, dann gehen wir raus und wir hatten ja hier einen besonderen Guerilla-Einsatz zum Freischalten. Und das werden wir dann glaube ich auch tun. Meiner Meinung nach sind diese Templer genauso verrückt wie mein Bruder. Was ist nur an dieser Psi-Energie? Das ist so wahnsinnig wertvoll. Kommander, wir haben alle Ihre Einrichtungen entdeckt. Newton-Autopsie haben wir fertig. Plasma-Granate können wir. Und einen fortschrittlichen Granatwerfer. Der hat eine weitere Reichweite und größere Detonationskraft der Granaten an und für sich. Verbesserte Kanonen. Ja, pff. Weiß ich nicht, ob wir das haben wollen. Ich glaube, wir wollen jetzt hier mal das da machen. Die Alien-Verschlüsselung. Das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe, Kommander. Kommander? Und gucken hier mal, was wir da erforschen können. Für Plasma-Granaten fehlen uns Vorräte. Und es würde 15 Tage dauern. Hier fehlt uns für so ziemlich alles. Vorräte. Also nichts an der Stelle. Schade, schade. Hier sind wir wieder ein bisschen ausgeheilt. Müssen wir mal gucken, was wir da jetzt haben. McMike ist wieder frei. Die beiden haben hier noch ein bisschen Erger. Hier die Neuen sind noch nicht ganz dabei. Gut, gehen wir mal auf die Map zurück. In zwei Tagen. Oh, fuck. Irgendwo wird das Projekt wieder vorangetrieben. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder im Countdown des Todes. Haben eine Woche Zeit. Und nicht mehr wirklich eine Option, glaube ich. Ich mach das jetzt trotzdem weiter. Wir überprüfen mal die Ziele des Guerilla-Einsatzes. Hacke die Workstation im Advent-Zug. Hacken ist cool. Infos sind cool. Die Truppgröße ist bei diesem Einsatz auf drei Soldaten begrenzt. Mhm. Genau. Ja. Ist klar. So, Westasien. Erlange ein Gegenstand vom Advent-Zug. Nur für Vorräte. Dafür ist es auch nur, in Anführungsstrichen, schwer. Und das ist wieder so ein verlorenen Einsatz mit inklusive Generaltöten und Ingenieur bekommen. Was aber einer der Blattsucher-Gang ist, die wir eigentlich als Soldaten haben wollten. Was uns dazu führt, dass wir dieses hier tun. Vorräte können wir brauchen. Für unsere Forschung. Ähm, auch wenn es nicht so aussieht, als könnten wir noch irgendwas forschen. Aber wie gesagt, trotzdem mal ganz optimistisch weiter. Und hoffen, dass uns noch irgendwas einfällt, das Ende der Welt abzuwenden. Ansonsten würde ich im Dima Daumen 30. Let's Play das erste Mal so richtig übel failen. So, das ist die Mannschaft, die er mir vorschlägt. Ähm, natürlich braucht der Kollege da ein Medikit. Mac Mike nimmt das Imitationsgerät. Ähm, Schädelstecker. Das gab doch, glaube ich, auch eine Sondermission, ne? Ist nur die Frage, wie lange wir brauchen, um den zu erforschen. Nehmen wir mal ein paar Steckerlis mit. Wenn schon, denn schon. Ja, bleibt nur hoffen und beten. Ab dafür. Ich bin nicht der, der mit dem vollen Mund redet, aber... Dann kann eigentlich das ganze Let's Play auf diese leckeren Gummibärchen verzichten, die hier vor mir liegen. Wir haben hier eine gute Gelegenheit, die Fortschritte der Aliens bei ihrem aktuellen Einsatz zu stören. Es gibt Informationen, dass ADVENT ein sicheres Datenarchiv mit einem ihrer Züge durch dieses Gebiet bringt. Die Daten darin sind äußerst wichtig für die Bemühungen der Aliens. Wir gehen rein, um den Zug zu sichern. Schalten Sie alle Feinde aus und bringen Sie uns die Daten. Ja, wir versuchen unser Bestes. Einen Hacker haben wir ja am Start. Manus 1.5, wir haben das ADVENT Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Okay, mach mal. Zum... Doch, haben wir. Heu, 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 sieben Runden Zeit. Gut, dann gehen wir mal los. Da sehen wir nix. Da sehen wir Sektoiden. Gehen wir mal da runter. Ach. Das kommt davon, wenn man die Runde des Dings nicht dreht. Die Aliens mögen das Aussehen verfeinert. Diese Monster sind nicht besser als jene, die mein Vater schon kannte. Grandioser Fehlstart. Direkt mal alle Vorteile, die wir eventuell gehabt hätten. 87%. Brauchen wir wenigstens mal den Bombenknilch da. Eine rein. So, Mad Dog. Jetzt drehen wir uns da auf wie die Schießbudenfiguren. Und sehen noch nicht mal was. Ja gut, dann muss man das... Von da sieht er immerhin ein wenig. Heading out. 77 und 34. Vier Punkte ist besser als kein Punkt. Mox kommt auch nur dahin oder hilft ihm sein Kletter... Maxe. Ich würde sagen, der Kletter Maxe hilft. Der kostet keine Bewegung. Bringt aber eventuell genau die zwei Felder, die wir brauchen. Um da noch einen zu rocken. 94%. Für einen 12er Peitschenhieb. Wir könnten aber auch eine Granate werfen. Naja, wirft noch nicht weit genug. Ja okay. Dann haben wir sie zwar verballert, aber wenigstens kostet das keine Bewegung. Und trifft so ziemlich auf jeden Fall. So, 83. Dann kriegt der noch einen drauf. So. Und der Plan, um aus dieser Kack-Situation rauszukommen, ist ein Feuerschutz von Tracy. McMurray geht da rüber, der hat Angst vor Auserwählten. Naja, okay. Und dann verballern wir direkt mal unseren Joker. Nämlich packen wir hier hinter dieses Ding einen XCOM-Soldaten, der die Agro ziehen soll. Tada. So, der strotzt auch sofort dahin. Löst den Reflexschuss aus. Und sie trifft nicht. Naja, gut. Hat ja auch kein Zielgerät, ne? Jetzt gibt's da einen auf die Glocke. Für sieben. Und er macht das auch nochmal. So, hat unser Metationsgerät kaputt gemacht und darf jetzt allerdings noch weglaufen. Oder ist das wieder vorbei, der Bonus? Ne. Ne. Okay. Sehr schön. Also, total verkackt, aber trotzdem für total verkackt sehr schön. 98%. Hm. Die Frage ist, ob wir da vorher ein bisschen vorarbeiten wollen mit nem kleinen Bömpchen. Eigentlich sollte es so reichen, ne? Wenn wir mit allen einfach inbrünstig draufknattern. 89%. Ich mein... So viele Ü80er. Den Streifschuss. Hm, nun gut. Mac Mike. Mac Mike. Tu dein Bestes. So macht man das, Herr Scharfschütze. 87%. So, bei dem beendet das ja nicht die Runde. Das heißt, da können wir direkt nochmal. Nochmal vier. Ja, Munition ist verbraucht. 71. 79. So, Flash. 79. 81. Na, wenn Schießen besser ist, dann schießen wir doch. 8 Punkte Schaden. Jetzt haben wir nur noch Mad Dog, die gerade schon vergeigt hat. Aber egal, wir geben ihr ne zweite Chance. Ist ja nicht so, als wären wir nachtragend. Und da gibt's nen Crit. Da ist noch volle Deckung. Und da ist ein komischer Dingsbums. Dingsbums. Dann gehen wir da wohl doch lieber wieder weg. Den haben wir hier noch nicht gesehen. Lö, 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 lö. Dann wird das unser nächstes Projekt für die nächste Runde. Dann wird's nur langsam wieder eng, da hinten hinzukommen. Die paar Runden haben wir echt diesen Monat völlig verskillt. Das gilt. Zwei Bonusrunden wären jetzt ne richtig geile Sache. Wir machen was am geschicktesten. Ich glaub, Mac and Mike geht da runter. So, im Normalfall sind die Kanonen dann kaputt. Wenn sie runterfallen, unter anderem. Wir gucken jetzt allerdings erstmal auf unser Scharfschütze. da drauf kann. Übernahmeprotokoll hätten wir auch noch. Ähm... 91%. Machen wir mal. Zwei Punkte Schaden sind durchgekommen. Ich glaub, das gibt so keinen. Ich glaube, das gibt so keinen. Nachladen. Lade nach! So, da einmal in volle Deckung. So, gucken wir erstmal, käme er da überhaupt hin. Da käme er hin, der würde definitiv runterfallen. Das heißt, sie könnte das auch theoretisch. Das gibt auf jeden Fall keinen Treffer. Also keinen Kill-Treffer. Es ist halt die Frage, ob mit allen die Runde dahingehend verbraten jetzt so eine Katastrophe wäre. Ja, da können halt auch ein paar Schadenspunkte bei rumkommen. Bei Flash jetzt vermutlich nicht so. Der wird wahrscheinlich nicht mal treffen. Der wird wahrscheinlich nicht mal treffen. Ah, der sieht's auch noch nicht mal. Schaden. 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 So, sie wetzt mal da runter. Probieren wir. Drei Punkte Schaden. Drei Punkte Schaden. Achtundsiebzig. Zwei Punkte Schaden. Dreiundneunzig. Mach weg. So, jetzt haben wir noch vier Runden, dort hinzukommen. Da wird mindestens noch eine Gruppe im Weg stehen. Da ist ne PAD. Irgendwas robotisches wieder. Ne. Ein... Komischer. Den wir immerhin schon mal drei verblätten dürfen. So, ich denke, hier lohnt sich jetzt die... Granate. So treffen wir auf jeden Fall beide. Und den Schildmaker ohne Deckung ist genau das, was wir gerne haben. 81% können wir direkt rausnehmen aus dem Spiel. Da liegt er. So, da hinten die sehen wir halt leider schon. Das heißt, es wäre unklug, diese Runde schon zu... Wecken. Ich weiß halt nicht, ab wo wir sie wecken. Ich denke mal, hier auf jeden Fall noch nicht. Oh, das ist interessant. Das ist interessant. Vergleich zumindest. Für jetzt wäre der erstmal interessant. Bei sieben Schaden haben wir den auf jeden Fall auf dem Leben gedrettert. Das heißt, wir haben jetzt mit Mox hier die Möglichkeit, ein bisschen auf Tugfühlung zu gehen. Ähm... Vier Runden, drei Runden... Wollen wir das, wollen wir das nicht. Hector Diaz püscht sich ran. Hier ist noch alles gut. Wir brauchen Blickwinkel auf das Ding. Wir lassen das jetzt mal. Drei Runden könnten reichen. Da mag ich jetzt nicht... ...unnötig Quatsch machen. So, hier ist wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster... ...gelehnt. Deswegen gehen wir jetzt mal hier in die volle Deckung an die offene Tür. Und laden nach. Haben jetzt von hier einen guten Blick auf dieses komische Explosionsteil. Und gehen jetzt mit ihm hier in den Zug. So, drei Runden haben wir noch. 1-1-5, die Uhr tickt. Die Sprengladung wird nicht warten. Begeben Sie sich zum Datenarchiv und deaktivieren Sie sie. Machen wir doch gleich. Uns fehlen halt einfach die zwei Bonusrunden. So, er hat jetzt hier den perfekten Winkel auf das da. Die stehen... Moment, jetzt müssen wir grad mal gucken. Die würden alle getroffen. Die würden einfach alle getroffen. Sechs bis acht Schaden. Träumchen. What? Wir haben das Ding nicht zerlegt? Nein! Was soll das? Warum nicht? Ach... Und du hast ausgerechnet jetzt keine Munition. Aber du... Kostenlos nachladen. Back online! Dann pullen wir die doch mal. So. Wir haben sie noch nicht aufgedeckt, offiziell. Wir könnten ihn also mit Mad Dog... quasi... Hä? Hä? Nee, können wir nicht. Hier können wir hin. Ohne Munition dann allerdings. Mal kurz gucken. Da sehen wir sie noch nicht. Whatever you say. Doch. Wir sehen sie doch. So. Wir haben aber den brauchbaren Granatenwinkel. Zumindest mal für zwei davon. Nämlich so. Damit haben wir dem Unangenehmeren der beiden... die Deckung weggeschossen. Und zumindest mal eine kleine Chance... Ja okay, das ist jetzt... Recht schaffen albern. Wir gehen mal hier rüber und gucken, ob er mit der Pistole von da aus was machen kann. Und wenn dem nicht so ist, muss er halt nachladen. Nö, da müssen wir nachladen. Hilft halt nix. Oh yeah! So. Noxy Moxy. 74%. Das ist nicht so die Traumzahl. Also gehst du hier mal hin. In die volle Deckung. 92. Das gefällt mir doch viel besser. Was wäre hiermit? 100%. Dann machen wir doch mal den Staubsauromat. und geben hier einen auf die Glocke. Jetzt haben wir hier noch einen, der mit 92%iger Wahrscheinlichkeit... mit 95%iger Wahrscheinlichkeit... mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, den da ein bisschen Leben auspustet. So, und jetzt müssen wir hoffen, dass von den Sektoiden zumindest mal einer auf die glorreiche Idee kommt, dass ein Zombie eine super Idee wäre. So, der kommt auf die Idee, daneben zu schießen. Das ist viel besser als Zombie. Und das ist schmerzhaft. Ja, aber auch nur das. Sind die kuschelig genug? Ja, ich würde sagen schon, ne? Mad Dog hat weder noch... Wo ist hier? Mac Mike? Mac Mike, ich würde sagen, du magst die nicht, ne? Hat man doch gerade beschlossen. So, das Max Range für... die Granate. Das heißt, er geht hier in die... Geht er überhaupt in Deckung? Hm. Schwer zu sagen. Ich bin ein wenig unentschlossen. Was ich hiermit machen soll. 77% wäre der da schon mal komplett Fritte. Aber ich glaube, Mac Mike hat überhaupt keinen Bock, sich zu bewegen. Der bleibt einfach so hier stehen. Und fragt die da weg. Fraggedy-waggedy. So. Einer down. Der andere steht da mit runtergelassener Hose und hält sich die Hände in den Schritt. Ist ja auch peinlich, wenn man so scheiße aussieht und dann nichts an hat. Das ist so... So ein klassischer Traum. Irgendwo aufzuwachen und nichts anzuhaben. So, wo ist denn jetzt hier? Da oben ist er. 97%. Bam. No longer a threat. Eine Runde haben wir noch. Er rennt ja mal hier rüber. Ziel in Sichtweite. Ziel in Sichtweite. Ist das schön? 5-5-4-Avenger. Das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. Ja, probiere ich mal. Er rennt einfach todesmutig mitten rein. Und kann das Ding jetzt hacken. Tadaa. Kiste hacken. Ähm. Kleiner Infostreicher. Joa. Knapp geschafft. Sehr schön. Beliebige Taste zum Fortfahren. So, jetzt fehlt noch eine Gegnergruppe, so wie es aussieht. Manus 1-5-Status bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Ja, dann gehen wir einfach mal so ein bisschen durch die Gegend und gehen in den Feuerschutz würde ich sagen. Nachladen. Ich bin bereit. Und Feuerschutz. Und Feuerschutz. Und Feuerschutz. Gehen daher erstmal in halbe Deckung und... Heil in McMike mal ein bisschen hoch. Mit 4 Punkten mehr fühlt er sich sicherlich einen kleinen Ticken besser. Einmal hier rüber. Und den Feuerschutz. Tja, zwei Schrittchen da, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung wir uns orientieren. Bewegen uns halt einfach mal ein bisschen krückig. Von einer Ecke in die andere. So, und du bleibst jetzt hier. Die anderen haben sich nicht großartig nach vorne bewegt. Tja, sind sofort wieder dran. Wespen-Nest. Flippen wir uns einfach mal da rüber. Und, ähm, wir agieren hier einen Feuerschutz. Komplett ohne Deckung, aber... Was soll's? Wir haben ja keine Ahnung, wo es hingehen soll. Halbe Deckung da drüben. Oster-Eier-Suchen mit Advent. Ich vermute mir jetzt eher, dass es so in die Richtung da hinten ist. Irgendwo. Wir hören aber auch nichts. Hier ist auch Ende. Gucken wir mal rein. Uhu. 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 Keiner zu Hause. Uhu. 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 Keiner zu Hause. Uhu. 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 Wann muss doch von da eigentlich überall hin snipern können? Und McMike gibt mal ein bisschen Gas. Wie sie wünschen. Gucken wir mal da oben. Nix. Jawohl. Machen wir die Feuerschutze mal am Ende. Flash. Gucken wir mal. Gucken wir mal da drüben runter auch. Auf der anderen Seite. Nix. Wie weit geht denn die Map noch? Ugh. Bis dahinten. Ja komm, da war eben nix. Da wird jetzt auch nix sein. Dann kannst du ruhig sprinten. So. Du kannst auch von dem komischen Gebäude aus snipern. Und McMike. Guck mal, ob da in dem anderen Türchen was ist. Dich haben wir noch nicht gezogen. Du leistest McMike mal Gesellschaft, falls da jemand hinter dem Türchen ist. Wollen wir ja brave Weihnachtsmänner sein und direkt zwei Geschenke verteilen. Oh, da hinten. Ich seh was, ich seh was. In der Nähe ist ein Advent-Captain. Wir sollten ihn mit dem Schädelstecker-Kampf unfähig machen. Gehen wir mal auf. Oh. 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 So das war jetzt nicht so wirklich ein Treffer. Oh. So jetzt müssten wir tatsächlich uns ein bisschen Mühe geben. Diesen komischen Käpt'n da zu kriegen. Das ist nur die Frage, wie. Gehen erstmal hier rüber. Und sehen da einen immerhin. 29% ist aber nicht so der Kracher. Halbe Deckung. Das wäre der Offizier. Dann stünden wir hier allerdings ein ganz klein wenig dümmlich exponiert. Aber wir haben massliche Rüstung. Wir könnten uns das eventuell erlauben. Das Interessante ist, dass er mir da mehrere anbietet. Und dann wäre die Frage, ob wir, wenn wir mit MacMike dorthin gingen, eine brauchbare Detonation hervorrufen könnten. Den wollen wir jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, der Betäubungslanzenträger ist gerade unser Hauptproblem. Denn die machen sehr viel Schaden. Und sind einfach mal ein bisschen störend. So, das war nicht allzu erfolgreich, aber die Deckung ist weg. Warum auch immer da noch eine halbe Deckung angezeigt wird. So, der Kletterhaken ist bereit. Ob das allerdings ein Bonus ist, ist mir ein Rätsel. Können wir den von da aus überhaupt sehen? Sieht nämlich nicht so aus. Dann lassen wir das nämlich erstmal. Das sind jetzt aber immerhin 69%. Daneben. 72%. Da kann man noch ein paar Fehler näher rangehen. Um die Chance ein bisschen zu verbessern. 82. 82 ist schön. Leider nur gestreift für drei. Das lief jetzt nur so lala. So, er kann nur die beiden. Äh, sie kann nur die beiden. Gehen wir mal da hinten in die halbe Deckung. 68. Meine Güte, was hat der für einen Schutzengel? Nicht groß genug. Sieht ihr das? 69. Daneben. Na gut, war nicht die beste Runde. Gebe ich zu. So, sehen wir von da irgendwas? Nein, tun wir nicht. Sehen wir von hier irgendwas? Beide. Sind allerdings ohne Deckung. Sehen wir von hier irgendwas? Den Captain. Sehen wir von da was? Nein. Leider nein, leider gar nicht. Kletterhaken. Doof. Bewege mich dorthin. Dort hinüber. 21%. Gerechtigkeit 61%. Das können wir mal probieren. Vielleicht kriegen wir einen Gestau. Leider nicht. Wäre zu schön gewesen. Ich habe versagt. So, zwei Jungs sind noch da. Er markiert Mox. Gießt auch sofort drauf. Trifft aber nicht. Und der andere macht jetzt sein Spökes-Schild wahrscheinlich. Jawohl, ja. Macht er. Wie weit kann Mox werfen? Da fehlen zwei, vier, sechs, acht Felder. Kann er die laufen? Zwei, vier, sechs. Nicht so richtig. Nicht so richtig. So, MetaCut, nichts mehr. 59. 49, okay. Ja, es ist die Frage, wer es jetzt macht. Sie oder er oder beide? Ich glaube, wir müssen Risiko, Risiken eingehen. Risiken eingehen heißt, wir müssen mit dem Schädelstecker rumspielen. Und ich glaube, er wird es tun. Oh mein Gott. Stehst du danach, scheiße. So, Schädelstecker. Go, go. Wir haben vollständigen Zugriff auf das Advent-Psyonik-Ex. Interessiert uns nicht. Ich habe unsere Systeme für die Verarbeitung. Läuft sowieso nicht. Aber wir müssen schnell sein. Sie werden unser Eindringen bald bemerken. So. Dann kommt jetzt der harte Part. Habe ich den, scheiße. B. Da ist so ein komischer Fraggle. So, die haben sich ja jedes Mal verdoppelt, wenn man sie getroffen hat. So, er kommt hier auf jeden Fall nicht so ohne weiteres raus. Ein nützliches Werkzeug. Ja, nicht sonderlich nützlich, weil nichts Spannendes in der Nähe ist. Und da, wo wir jetzt hinkommen, wären wir auch sonst hingekommen. Aber egal. Wir rennen dann halt jetzt. Die konnten, glaube ich, irgendwas mit Waffen deaktivieren. Deswegen würden wir jetzt da mal hinrennen. Wir haben das Ding flankiert. Damit zwingen wir es hoffentlich. Oh. Er kann noch. Krass. Was war das denn? Warum? Egal. Feuern wir drauf. Vier Punkte. So, ein Klon da hinten irgendwo erstellt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Codex projiziert mehrere Kopien von sich selbst in unsere Dimension. Das ist korrekt. Haben wir aber schon mal gesehen. Aber gut, kannst du dich nicht daran erinnern. War in einem anderen Leben. So. Ein bisschen in die Nähe müssen wir. 22 Prozent. Das lohnt sich überhaupt nicht. Der lieber Feuerschutz. So, Mad Dog. Was machen wir mit dir? Ja, wir haben auch echt ganze Arbeit geleistet. Und hier ist alles weggepumpt, was auch nur ansatzweise so getan hat, als hätte es sich gewehrt. Ich habe es gewehrt. Ich habe es gewehrt. Ich bin zufrieden, um zu warten. So, Feuerschutz. Einmal hier raus. Und hoffen, dass es nicht alte Katastrophal wird. So, das ist ein besseres Katastrophal als eben, aber nicht genug, um irgendwas zu reißen. Er rennt auf jeden Fall mal ein bisschen weg. Und ja, war klar. Trifft aber nicht. Das ist ja mal, wow. Da hat man ausnahmsweise mal Glück. Er teleportiert sich und macht jetzt wahrscheinlich Spülkes. Der Kodex scheint in ständigem Fluss zu sein und in mehreren Funktionen rechtzeitig zu werden. Das war, glaube ich, dieses Waffe deaktiviert. Hat zwei Leute getroffen. Das ist besser als alle. Er geht in Feuerschutz. Okay. Den Feuerschutz könnten wir, glaube ich, mit einer Granate umgehen. So, aus dem Zeug musste man auf jeden Fall raus. Und ansonsten ging das nämlich in die Luft. 49% ist nicht so richtig viel. 47% ist auch nicht so richtig viel. Ja. Ja, ja, wunderbar. Ja, hilft halt nix. Machen wir den ersten Mal weg. Dann müsst ihr jetzt fünf Punkte machen. Wir haben ihn ja so geskillt. Explosive Mischung. Sehr nice. So, jetzt ist der Feuerschutz da weg. Und in der Theorie Sollte Mad Dog da jetzt eine Möglichkeit haben zu treffen. 90% So, den haben wir weg. Sehr gute Arbeit, Commander. Anscheinend blieb nach der Auflösung des Codex ein physischer Rest übrig. Hoffentlich gibt er uns einen besseren Einblick in die Pläne der Aliens. So, hier gibt's noch ein Granätchen. Boom! Weil du drei Rüstungen hast und wir das unfair finden. Okay, das hat nichts gebracht. Das hat nichts zerfetzt. So, welche Reichweite hat das Ding? Ich hoffe, dass wir hier raus sind. Oder dort. Aber einmal da rüber. Und, äh, kostenloses Nachladen. Sehr beliebter Trade. 58% Das kann klappen. Und wenn nicht, dann halt nicht. In dem Fall geht's ja ausnahmsweise mal nicht unbedingt um Leben und Tod. So, David White geht mal aus der Reichweite und zerfetzt aber jetzt hier mal den Kollegen. So, ein Schaden, eine Rüstung zerschreddert. Minimalistisch, aber besser als nix. So, und Hector Diaz Kann nicht so weit werfen, würde sonst einen nachlegen. Und dann laden wir nach. So, wir sind jetzt sechs gegen einen. Wir hoffen mal, dass das reicht, um hier halbwegs verlustfrei rauszukommen. So, er ist immun. Und knattert auf Mac Mike. Ich werde mich bewegen. Sag mal hallo. Wobei, sag nicht hallo. Bart noch ein bisschen mit hallo sagen. Denn Hector Diaz wollte da, glaube ich, noch Wörtchen zu sagen. Er wollte einmal Mac Mike heilen. Na, ein Robot sanitario. Naja, eigentlich wollte er die Granate werfen, aber der ist ja noch weiter weg jetzt als eben. Von daher keine Schnitte. Dann können wir auch mit 27% einfach mal drauf knattern. Klappt nicht, aber muss auch nicht klappen. Esso no me gusta, das glaube ich dir. Du könntest einen Schwertieb machen. 94%. Und du könntest da auch mal rum. 63% ist mir gut, aber ist ein bisschen was. Daneben. 42%. Mit der Pistole auch 42%. So, wie weit kann Mac Mike? Der trifft da hinten. Und zerfetzt da eben noch ein bisschen Rüstung. So, wieder 1-1. Wieder minimalistisch. Aber jetzt lohnt sich das Hallo sagen. Ja, das war tatsächlich ein wenig peinlich. Meine Waffe ist beinahe leergeschossen. 94%. Vielleicht macht's ein Schwertieb. Okay, erledigt und Sachen gefunden. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. So, die war gut, aber ob uns das was hilft, weiß ich nicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns diese Dissidenten in Angst versetzen. Ihr heutiger Sieg hat keine Bedeutung für die Geschichte. Er ist nur ein kleiner Stein auf dem Weg der Erlösung, den die Ältesten uns bereitet haben. Ja, so traurig das ist, hatte diesmal vielleicht sogar recht. Denn ich weiß immer noch nicht genau, wie ich mit der Situation umgehen soll. Wir haben keine Möglichkeit, das Ding zu erreichen. Das war nicht geplant, dass wir innerhalb eines Monats zweimal... Oh, müde, müde. Größter Zusammenhalt. Befördern erstmal. Blitzschnelle Hände. Dann sich hier. Weiter. Und weiter. Commander, bitte danken Sie Ihren Truppen für die schwierige Erlangung des Kodex-Firms. Wir beginnen so bald wie möglich mit der Arbeit daran. So, jetzt müssten wir gucken. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ihre Bemühungen stärken die Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt. Puhu. Hehehe. Sehe ich's? Was sehen meine entzündeten Augen da? Avatar-Fortschritt um zwei reduziert. Siehst du, das Ereignis verhindert. Treue unter Dieben. Sehr, sehr nice. Das würde heißen, wenn wir hier jetzt kurz hinhoppen... ...haben wir... ...fieb, fieb, zwei Dinge runtergenommen. Oh, Widerstandskontakt ist auch geil. Aber nicht jetzt. So. Guerilla-Einsatz wollen wir. Widerstandskontakte wollen wir. Information. Wir wollen einfach alles. Aber wir haben es ganz, ganz knapp geschafft. Deswegen würde ich das jetzt noch eben machen hier. Denn das war das eigentliche Ziel, diesen Guerilla-Einsatz zu provozieren. Dem unsere Ziele so gleichgültig sind. Für die Ältesten gibt es keine Unschuldigen. Okay. Haben wir einen Attentat abbekommen. Und jetzt müssen wir ganz kurz noch eine Sache gucken, bevor wir diesen Guerilla-Einsatz freischalten. Und die da vor sich hin plappern lassen. Und dann zahlen einen hohen Preis, solange die Außerwelten da draußen herumlaufen. Wir sollten alles tun, um sie zu vernichten, bevor sie wieder zuschlagen. So. Boah. Dieses Geschwafel. So. Die beiden haben wir... Zwei Käpt'n haben wir frei. Buchroth kommt in drei Tagen wieder. Mary kommt wieder. Da nicht. Hier ja. Die sind müde. Aber wären ganz im Notfall einsatzbereit. Life ist da. Also, wir sollten jetzt vielleicht noch einen kleinen... einen klitzekleinen Umweg machen. Hier. Ja, ja. Avenger berechnet neuen Kurs. Zwei Tage daran rumforschen. Oder drei. Eins. Zwei. Wir empfangen ein Notsignal vom Einsatzort unserer jüngsten verdeckten Aktion. Unser Team wurde aus dem Hinterhalt angegriffen und muss evakuiert werden. Firebrand ist schon unterwegs. Interessant. Haben Sie geglaubt, Sie könnten sich einfach so vorbeischleichen? Okay. Keine Chance. Das, ähm, ja. Ist jetzt wieder ein bisschen gegen die Planung. An der Stelle würde ich euch dann Cliffhanger-mäßig kleben lassen. Es geht um Ugrutz und Dini, die hier bei dieser Mission sind. Und, ähm, weiteres seht ihr im nächsten Let's Play. Bis zum nächsten Mal, Tschüss. Vielen Dank.